Apple hat bei ihrer jährlichen Keynote im Jahr 2023 ein Status Report an Mutter Natur gezeigt. Dieses Video ist nicht nur für Marketing-Experten und Apple-Fanboys interessant, sich anzuschauen, sondern auch für UX-Designer. Dort kann man nämlich einiges über nicht personelle Personas lernen und darüber möchte ich heute mal in diesem Video sprechen. Hallo, ich bin Indra und wenn du mehr über UX-Methoden lernen willst, dann abonniere den Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen. Erstmal vorweg, dieses Video ist natürlich nicht gesponsert von Apple. Ich finde es einfach nur spannend, dass wir uns einfach mal dieses Konzept anschauen. Wer das ganze Video anschauen will, ich habe unten in der Beschreibung einen Link zum kompletten Video. Wir schauen uns jetzt nur einen kleinen Ausschnitt an, damit wir gemeinsam wissen, worüber ich hier eigentlich rede. Ich hoffe, wir haben dich nicht erwartet. Mutter Natur. Mutter Natur, willkommen zu Apple. Wie ist die Wetter? Wie ist die Wetter? Wie ist die Wetter? Die Wetter war wie ich wollte es. Let's cut to the chase. In 2020, Sie promised zu bringen Apple's entire carbon footprint zu zero. By 2030. Henry David Thoreau, hier, hat wir eine Profound-Opportunität, zu bauen eine mehr reflektische Zukunft für den planeten wir. Ich habe eine Art 10-O-Kluck-Sitzung. Sie all das. Ja, dieses Video hat wirklich große Wellen geschlagen, weil Tim Cook, der CEO von Apple, am Ende Mutter Natur versprochen hat, dass bis 2030 alle Apple-Geräte keine CO2-Auswirkungen mehr auf die Natur haben werden. All of them? All of them. Und das ist natürlich ein ziemlich großes Versprechen. Sie haben jetzt angefangen mit der Apple Watch. Das wurde eben auch in dem Video thematisiert. Und ja, es war schon so ein bisschen, dass Mutter Natur davon beeindruckt war. Aber es gab dann auch so einen, ja, sag ich jetzt mal, einen kleinen Kampf, wo die beiden sich länger in die Augen geguckt haben. So dieses Held zu deinen Versprechen, so nonverbale Kommunikation. Das war schon sehr gut geschauspielert. Außerdem, was ist hier eigentlich passiert? Es war eindeutig, dass Mutter Natur ein ganz hoher Stakeholder ist. Also, dass sie fast über Tim Cook oder zumindest auf einer ähnlichen Ebene wie Tim Cook steht. Zumindest musste er ihr gegenüber reporten. Also, er musste ihr einen Statusbericht entgegenbringen. Und eben auch, alle hatten so eine gewisse Ehrfurcht oder fast schon Angst. Und damit kam ganz klar die Nachricht drüber, Mutter Natur steht ganz, ganz, ganz weit oben in der Hierarchie. Und das ist natürlich auch schon mal eine sehr spannende Message, also eine sehr spannende Nachricht, die da vermittelt wurde. Uns ist Mutter Natur so wichtig, dass sie quasi bei uns die Nummer 1 ist. Und wie wurde das geschafft? Mutter Natur wurde zu einer Person. Sie wurde quasi als eine konkrete Person dargestellt. Und dadurch konnte man diese zwischenmenschliche Interaktion auch in dem Video gut betrachten. Und das ist genau das Spannende, warum man eigentlich Personas einsetzt. Personas sind ja eine Methode im UX-Bereich, in der man eine gewisse Zielgruppe nimmt mit ihren Motivationen, mit ihren Zielen, mit ihren Attributen und diese in eine Person gießt. Also natürlich haben diese komplette Zielgruppe unterschiedliche Demografien. Also die Personen sind unterschiedlich alt, die haben vielleicht auch unterschiedliche Geschlechter. Was auch immer, alles demografiemäßig unterscheidet sich. Dennoch wird das Ganze zusammengebacken zu einer Person, damit man sich einfach besser in diese hineinversetzen kann. Das war jetzt in dem Video auch so. Wir haben halt Mutter Natur als diese eine Frau da gesehen, die einfach sehr bestimmt in den Raum kam. Und ja, einfach man hat so gemerkt, okay, sie strahlt diese Dominanz auch in gewisser Weise aus. Ja, das können alles auch Attribute einer Persona sein, weil das eben wichtig für diese Rolle ist. Und vor allem den Status, den sie auch in der Organisation innehat. Das sind alle sehr wichtige Informationen, die eine Persona beinhalten muss. Jetzt ist es natürlich so, dass Mutter Natur nicht unbedingt eine Zielgruppe ist. Also ich entwickle ja nicht ein iPhone für Mutter Natur. Sie nutzt am Ende nicht das iPhone. Also so im klassischen UX-Bereich habe ich natürlich schon, dass ich Personas dafür entwickle, damit ich Ziele habe oder eben dann eben auch Anforderungen daran ableiten kann, für die ich dann entwickle. Also klassische UX-Persona an der Stelle ist sie natürlich nicht. Was wurde jetzt hier eigentlich gemacht? Es ist eine nicht personelle Persona. Also ich habe quasi keine konkrete Person, die diese Person repräsentiert. Das ist eine sehr viel Person, sondern ich habe eben diesen nicht greifbaren Faktor Mutter Natur, der greifbarer gemacht wird, dadurch, dass ich sie zu einer Person gieße. Und das ist halt super spannend, weil man kann diesen Aspekt für die eigene Produktentwicklung auch adaptieren. Also man kann jetzt natürlich auch hingehen und sagen, ja, okay, wir nehmen Mutter Natur auch als wichtigen Stakeholder bei uns mit auf und geben ihr eine bestimmte Persona, damit wir besser mit ihr sprechen können oder sie besser in unsere Produktentscheidungen mit einbeziehen können. Weil man kann ja dann zum Beispiel, wenn man User-Stories macht, auch sagen, Mutter Natur braucht bla bla bla. Und das kann man natürlich auch für andere Stakeholder machen. Ja, wenn ich jetzt vielleicht zum Beispiel irgendwelche neuen Hallen baue und dafür irgendwelche Wälder abforsten muss oder sowas, dann habe ich vielleicht auch die Waldtiere oder ganz konkret dann den Fuchs als Persona. Oder auch gerne genannt, die Biene. Ja, welchen Einfluss hat denn mein Produkt jetzt auf die Biene? Damit man sie einfach auch, wenn man zum Beispiel andere UX-Methoden macht, wie Customer Journey Maps, die ja auch wiederum auf Personas basieren, diese auch noch mit einbeziehen kann, weil ich in Customer Journey Maps ja Aktionen, die meine Persona machen, auch in Relation zu anderen Personas setzen kann. Es ist also auf jeden Fall ein sehr spannendes Gedankenbeispiel. Natürlich ist es so, wenn jetzt meine Reife noch nicht so hoch ist und ich eigentlich noch gar nicht über meinen eigentlichen Nutzer nachdenke, es sehr weit hergeholt ist, dass ich dann auch noch über weitere Personas nachdenken kann, die nur davon betroffen sind. Also quasi sekundäre Nutzer. Das heißt, die sind quasi nur betroffen von meinem Produkt und interagieren nicht direkt mit dem Produkt. Dieses Video hat, wie gesagt, einige Wellen geschlagen, deswegen habe ich natürlich auch auf LinkedIn direkt dazu Posts gefunden. Dort war zum Beispiel auch die Kritik, dass wenn man das Ganze aus der Sustainable UX-Richtung betrachtet, also dass man halt die gesamte Nachhaltigkeit sieht, dass nur ein kleiner Teil, nämlich der CO2-Ausstoß, betrachtet wurde. Und wenn man Sustainable UX als Gesamtbild sieht, dann ist das natürlich nicht komplett, weil nicht nur der CO2-Ausstoß für eine Nachhaltigkeit relevant ist. So wurden zum Beispiel auch gute Arbeitsbedingungen genannt. Meine persönliche Meinung ist, dass ich es wichtig finde, ganzheitlich Dinge zu betrachten und ich es auch gut finde, dass gerade in dem Bereich Sustainable UX sehr ganzheitlich gedacht wird. Jedoch bei Apple ging es ja wirklich um das Thema Mutter Natur. Und meiner Meinung nach interessiert sich Mutter Natur, glaube ich, weniger für faire Arbeitsbedingungen. Und da ist tatsächlich der CO2-Ausstoß der relevantere Faktor. Und deswegen fand ich es auch gut, dass das Video sehr fokussiert war. Also es waren ja sowieso schon viele Inhalte. Natürlich war das Ganze ein Marketing-Video. Und deswegen, glaube ich, war es gut, dass es auf dieses eine Thema fokussiert ist, weil so ein Rundum-Abwasch hätte, glaube ich, nicht den Effekt gehabt, wie jetzt diesen einen Punkt, wo man sich darauf fokussiert hat. Und es ist natürlich auch kein leichtes Versprechen, was Apple da getan hat. Und die Bevölkerung, die Zuschauer, werden sie alle darauf festhalten. Jetzt ist es gesagt, der hat dieses Versprechen gegeben. Vielleicht an eine fiktive Mutter Natur, aber eigentlich auch an alle Apple-Nutzer oder an die ganze Welt. Und das ist natürlich auch eine sehr mutige Aktion. Dafür muss man auch sagen, Chapeau Apple. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube, dieses Video hat auf jeden Fall seinen Zweck erreicht. Es hat auf jeden Fall wieder mal mehr Aufsehen an Apple gebracht. Es hat vielleicht auch einfach nochmal das Gesamt-Image, was Apple hat, noch so ein bisschen gedreht. Aber es hat auch ein Video geschaffen, was man sich auf jeden Fall mal unter einem interessanten Lernaspekt anschauen kann. Was war deine Meinung zu dem Video? Hast du es vielleicht auch gesehen? Ging es dir ähnlich oder siehst du das komplett anders als ich? Dann hinterlass mir doch mal unten einen Kommentar, falls du mehr über Personas lernen willst. Dazu habe ich auch eine Menge Videos schon gemacht. Also schau doch gerne mal rein. Gib dem Video hier einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und abonniere den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.